So, da sind wir wieder. Let's play Indiana Jones und der Turm von Bubble. Tja, noch nicht. So, wir gehen erstmal hier lang. Ein Verbandskasten. Boah. Ich bin zu fixiert. Ich hab Hallis. Hier war doch irgendwas. Genau. Gott. Was haben wir denn hier? Ich glaube, es ist ein Schlüssel. Ich hab's geahnt. Aha. Naja. Passiert. Schlitz. Hallo. So. Genau, deswegen rennt ich mir mit der Pistole in der Hand rum. Ich hab da was gehört. Miststück. Was ist denn Gegengift? Ich hätt jetzt mehr getippt. Ah, die Stelle. Das ist eigentlich so unnötig. Denkst du, ich komm da jetzt runter? Nein! Doofes Miststück. Wie viel hab ich? 195? Wow. Was haben wir denn hier? Nein. So. Und auf geht's in den Saal. Erstaunlich. Steine, die wie Zahnräder gearbeitet sind. Oh. Ich hasse diesen Teil. So. Was ist das jetzt? So. Diese Plattenzeichen waren ja auch noch in einem anderen Nürnmer gewesen. Ich weiß gerade nicht mehr in welchen. War das in Shambhala? Ich weiß es nicht. Und noch eine. Warte, wenn da, da, dann da. Ach, komm schon in die. Du willst es. Brav gemacht. Oh, ich hatte schon nicht mehr auf der falschen Seite. Es wäre Licht. Verpfalte FTV. Eine Statue? So. Was ist das? Dann mit. Und... Ich trottel auf was vergessen. Ich muss kurz nachdenken. Ich mache einen Quickie, weil ich habe da nämlich nicht Lust, da 10 Minuten... ...um die ganze Zeit das... ...scheiß Zahnradzeug zu schieben. Also ein Rekord war... ...5 Minuten. Nach über 2000 Jahren funktioniert diese Maschine noch immer. Und der alte Aserium hatte noch nicht einmal einen Collegeabschluss. So. Und in diese Tür gehen wir jetzt letzten rein. Also... ...die gehen... ...da lang. Die unteren gehen nach... ...da. Sprich, ich hätte erstmal schieben sollen. Er drücken sollen, bevor ich... ...nachdenke. Ich bin... ...so ein voll Idiot. ...nochmal. ...nochmal. geier oder zum vogel hin oder was auch immer das teiler darstellen soll ich bin der meinung ist immer noch ein geier so war eigentlich auch zuletzt in den fischraum gehen werdet ihr noch sehen das war jetzt aber auch mehr glück als verstand ich habe überhaupt nicht nachgedacht was ich da das schieben wir weg das schieben wir da ran oh gott über die teile zu springen aber dem zeug lohnt es sich erst mal nachzudenken ich habe da schon mal 20 minuten dran gehockt ich habe nämlich überhaupt nicht nachgedacht und alles immer random gemacht was mache ich da oh gott jetzt drücken alles ja ja so und jetzt der start turn raum ok müsste klappen hoffe ich zumindest genau dann schieben wir nämlich das da hier hin und dann ist der raum für die statuen so gut wie geöffnet dann war es das auch das letzte mal so dreh dich baby dreh dich jetzt noch die zahnräder wegschieben naja scheiß drauf es riecht gerade so nach einer falle so quickie 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 1 von 2 1 von 2 so so aha meiner oh gott hab ich mich gerade gezogen ich dachte das hätte mich erwischt so wie das aussah was ist das jetzt was ist das jetzt dann gehen wir mal weiter nach oben dann gehen wir mal weiter nach oben da werde ich auch schon die Spinnen krabbeln oder Skorpione Oh Mann Asozialer geht's nicht Ich glaube ich ohne Ich habe einige Spinnnetze Das war jetzt aber gerade irgendwie Ich bin richtig dreist Was haben wir denn hier? Ein Statue So Unten drunter ist die Jaguar-Statue Oben Drüber die Fisch Da wir jetzt hier alles geklärt haben Ich habe vorhin irgendwo was küsse So Runter Hoch Auftauchen Eine Eine Statue So Die wollte ich dann eher lieber zum Schluss holen Gut dann Na Hast du nicht aufgepasst? Das war ja genauso wie im Tempel Bei dem einen der Unterkörper Und das Unterleib gefehlt hat Oh Oh Ich will gar nicht wissen was damit passiert ist Was haben wir denn hier? So Versuch ist es wert Wenn ich auf dem Kopf von der lande Könnte ich es überleben Oder wenn ich so weit springe könnte ich sterben Ein Versuch noch Bisschen Zurück So macht man das So Oh Knabbert der mich noch an Bist böse Ich mag dich nicht mehr Vogelstatue Naja Meine Meinung ist es Ein Geier So Ey Genau Schwimm weg Oh Ja genau Schwimm weg Nein Du kriegst mich nicht Scheiße Nummer 1 2 So Jetzt holen wir uns die Fisch Statue Und wenden Damit das Level Okay Ja ich hab's glaube schon gesagt Wieso ich die als letztes hole Boah Ich bin verpeilt Auf jeden Fall Es ist Für mich am besten Wenn ich die Nehme ich als letztes Hole Ich hab kein Quickie gemacht So Da hinten Den hole ich mir Jetzt mach ich ein Quickie Und Krippier dauerhaft Komisch Auf einmal geht's Beim ersten Mal So Das hab ich gleich Bitter nötig Komm schon Kletter ein bisschen schneller Boah ich seh nix mehr Da ist sie Die Fischstatue Gott was ist jetzt Bleibt wachsam Der Amerikan jetzt Ist vielleicht schon hier Er ist ein gerissener Kern Deshalb haben wir Spesnas angefordert Unsere anderen Sicherheitskräfte Haben versagt Er enttäuscht mich nicht Und jetzt Zeimitze Position Wie kommt er darauf Dass ich schon hier bin Man sieht doch schon Dass ich da war Da bin Das sieht interessant aus Es werde Licht So Schön an der Wand bleiben Ein silberner Spiegel Ich wüsste schon Welche Dame Den gerne in die Hände Bekommen möchte Ja ich auch Oh Gott Jetzt haben sie mich erwischt Der Zehnte Schämt euch Mich anzuknabbern Ach komm schon Ich schummel doch auch nicht Ich bin jetzt doch nur ein Aimbot Jetzt reicht's mir Boah endlich mal wieder Muni für die schwere Pistole Alter Jetzt kannst mich mal Diese Säulen sehen wie ein Dreiteiliger Schrein aus Aber wo sind die Statuen? Die haben wir Wo ist denn die da? Nummer 1 Nummer 2 Und die Nummer 3 So Bitte schießt mich jetzt nicht von hinten ab Jetzt nur kurz Bisschen Muni verteilen Guter Heißer So Was war das für ne Aktion? Oh Gott Gott Ja reicht für ein paar Haltkräuter Ach weißt was Du kannst mich mal Ich nehme die neue Knarre Eine gute Lebensversicherung Ich gehe ins Licht Ich gehe ins Licht Ups Da hast du den Ich halte mich nicht mehr mit dem Russen auf Soll ich gucken wie er klar kommt Und wir sehen uns im nächsten Level Wenn es heißt Let's play Indiana Jones und Atom von Babel Bis dann Ich gehe ins L叶